Hello again und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Loreload. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Momentan, Freunde, es ist wieder verrückt, was der Gaming-Markt so ausspuckt, oder? Also Zeitgefühl war ja bei mir sowieso nie da, aber aktuell von Diablo DLC mit dem neuen Dragon Ball Game, Ende des Monats, WoW-Geburtstags-Event ein bisschen davor, dann Dragon Age Release und so viel drumherum. Und holy fuck, mal ganz zu schweigen von dem, was in den Classic-Versionen noch passiert und wer soll das immer alles zocken? Also ich versuch's, auch auf Twitch, vielleicht habt ihr schon bei meinem Archivkanal auf YouTube vorbeigeschaut, da landen die ganzen längeren Livestream-Mitschnitte. Aktuell zum Beispiel Baldur's Gate 3 und Star Wars Outlaws, vielleicht ist da auch was für euch dabei, verlinke ich euch mit in den Shownotes, klickt euch gern mal rein, müsstet ihr im Zweifelsfall auch unter Craft Archiv einfach finden können. Und ansonsten, ja, müssen wir irgendwie durchatmen, versuchen alles unter einen Hut zu bekommen und erden uns heute mit Neruba-Büchern. Die haben wir uns vor ein, zwei Monaten schon in etwas anderer Form auf YouTube angesehen und der ein oder andere hatte geschrieben, mach's bitte nochmal als Podcast, weil wer zum Teufel schaut denn YouTube-Videos? Lul. Nee, einfach um das nochmal festzuhalten und vielleicht auch mit dem ein oder anderen Blickwinkel irgendwie nochmal auseinanderzunehmen. Und diese Bücher sind sehr speziell, die zählen auch für den ein oder anderen Erfolg mit rein. Und um die zu lesen, müsst ihr auf dem Bazar, zum Beispiel bei Seespark, der steht, lasst mich schauen, ganz oben bei den Koordinaten 45, 13 in der großen Stadt, gibt's aber, meine ich, auch bei anderen Händlern auf diesem Bazar, nämlich einen Trank, den ihr braucht, um diese Buchstaben entziffern zu können. Trank der polymorphischen Übersetzung, Doppelpunkt, Nerubisch. Kann man auch im Aha kaufen, würde ich aber nicht empfehlen, kostet er 100 Gold aufwärts, ist jetzt nicht so die Summe, aber hier in Askahet kostet er 35 Cash, also deren netzartige Währung. Und den müsst ihr einwerfen und könnt dann auf diese Folianten zugreifen. Die Neruber sind ja eine Hochkultur und damit geht einher, dass sie eine eigene Sprache haben, dass sie ihr auch Worte zu Papier bringen können, dass sie sowas auch aufheben. Ja, Archivare, Chronisten, Meister des Wissens haben und das ist natürlich etwas, was uns auch in diesem Podcast sehr gelegen kommt. Und letztendlich hätten wir ohne solche Kollegen vermutlich nur die Hälfte der Folgen, die wir aktuell in diesem Projekt haben. Darum Dankeschön an alle fleißigen Schreiberlinge bei den Nerubern. Wir starten mit einem Buch bei den Koordinaten 2754 und das trägt den Namen Strenge der Erinnerung. Und bei den Nerubern war es ja häufig ein bisschen seltsam zu verstehen, zumindest am Anfang fand ich, wenn die von ihrem Weben des Schicksals und so weiter gesprochen haben. Da war zumindest für mich nicht von Anfang an klar, Weben, die wirklich Teppiche die ganze Zeit und schreiben dort ihre Geschichte nieder oder sitzen die an Webstühlen oder pulen die sich gegenseitig die Seide aus dem Hintern, riechen dann dran und sagen, oh, ich kann die Ahnen hören. Also war nicht ganz so eindeutig, wo Blizzard uns da haben wollte. Und nicht zuletzt bei diesem Thema helfen uns auch diese Bücher weiter. Wenn wir versuchen, eines zu lesen, ohne den Trank benutzt zu haben, dann steht dort, die Schrift in Anführungsstrichen dieses Buches besteht aus einer Reihe von Verbrennungen, Schlitzen, Einstichen und seltsamen Gerüchen, für die euch die Sinnesorgane fehlen, um ihre Bedeutung vollständig zu erfassen. Vielleicht, wenn ich ein paar Augen mehr hätte, dann entstehen ganz andere Gebilde, ganz andere Perspektiven. Deswegen schmeißen wir diesen Trank jetzt ein und zack, zerab, auf einmal ergeben diese Buchstaben doch Sinn. Strenge der Erinnerung. Ein Leben reicht nicht aus, um die Kunst der Magie und Alchemie sowie die vielen Umgangsformen und Disziplinen zu meistern, die für die Führung des letzten Königreichs erforderlich sind. Erster Absatz direkt Wilderflex. Jemand, der nicht mehrere Leben gelebt hat, der kann unmöglich alles hier lenken und verwalten, so wie es vonnöten wäre, um dieses Imperium am Laufen zu halten. Daher heißt es, verwenden wir Stränge, um die Erinnerungen von einem Neruber an den nächsten weiterzugeben. Und hier haben wir es jetzt ein bisschen direkter. Es geht also nicht nur um die feinste Seite, mit der hier sämtliche Konstruktionen irgendwie festgehalten werden. Wenn man mal hochguckt in dieser Höhle, dann sieht man ja überall diese fetten Webstränge oder auch im Nest der Weberin, wo wir dann selber landen und unterwegs sind bei unseren verbündeten Nerubern. Die benutzen ihre Seite tatsächlich für jeden Scheiß. Hier aber, diese Stränge, die sind nochmal etwas anderes. Und ich denke, wir können davon sprechen, dass wir hier so einen Bezug zur DNA haben. Dass die Neruber also in der Lage sind, diese Stränge weiterzugeben, von einem Neruber zu nehmen, zu extrahieren und einem anderen eben zu schenken. Und das erklärt natürlich, warum sie am Anfang diesen Absatz so bringen konnten. Denn wenn du deine Anführer, die Königinnen vollpumpst mit DNA, gespeicherten Erinnerungen, Wissen, Skills und was da nicht alles drin sein kann bei den Kollegen, dann ist es natürlich logisch, dass die Königin wirklich in vielerlei Hinsicht über den anderen steht und einfach besonders ist. Manchmal auch besonders kacke, wie wir mittlerweile gelernt haben. Aber das ist, finde ich, ein unglaublich krasser Punkt für diese Neruber, ihre Kultur und ihre Historie. Also ohne dieses Buch wäre es mir nicht gelungen, das Ganze einfach so zu durchschauen. Nur unseren Waisen und Königinnen ist es gestattet, heißt es weiter, Stränge von einer Generation an die nächste weiterzugeben. Scheint also ein kontrolliertes Unterfangen zu sein. Ja, du suchst schon sehr sorgfältig aus, welche von diesen Strängen willst du für wen haben? Welche sollten wir vielleicht lieber absterben lassen? Ja, und wer bekommt die auch? Es ist also nicht so, dass du zur Oma zum Kaffee gehst und sagst, hey, alles Gute zum Geburtstag. Hier habe ich dir noch fünf Lebensjahre mitgebracht. Ja, also so einfach scheint es nicht zu sein, sondern es geht natürlich um die Führungsriegen, um letztendlich den Erhalt des Wichtigsten für die Neruber. Dabei sind die Stränge so filigran gewebt, dass sie sogar die allerkleinsten Elemente der Erinnerung aufnehmen können. Also wir müssen uns auch ein bisschen distanzieren von den biologischen Fakten, die wir so haben. Bei den Nerubern ist es nochmal ein Stück weit spezieller. Ja, die können das Ganze sequenzieren, extrahieren, sicherlich auch modifizieren, wenn es nötig sein sollte. Aber vor allem können sie eben auf diese Erinnerungen setzen. Und wenn dir das nicht die nötige Weitsicht für Entscheidungen den Erhalt deines Säukes betreffen gibt, dann weiß ich aber auch nicht. Dies ist kein natürlicher Prozess. Sondern ein Projekt, das Zeit, Hingabe, Ressourcen und ein gezieltes Vorgehen erfordert. Auf diese Weise werden nur ausgewählte Stränge an die nächste Generation weitergegeben. Das Wissen, wie man Stränge für andere Formen unseres Volkes erschafft, ging mit dem Fall des Schwarzen Imperiums verloren. Und das ist ein super interessanter Punkt, denn sie bedienen sich ja offenbar einer Technik, die nicht aus ihren eigenen Hörnen und Fingern stammt, sondern eine Technik, die zurückgeht auf die alten Götter, auf die Zeit des Schwarzen Imperiums. Und ich denke, sie meinen mit Volk, ihrem Volk, auch nicht einfach nur den Eruber, sondern alles, was irgendwie aus den Akir erwachsen konnte. Mantis, Garage und was nicht alles noch irgendwo rumkreuchen und fleuchen konnte. Und offenbar waren diese Sequenzierungen, diese Veränderungen, die waren schon länger Thema bei diesem Käfervolk, um es eben den Wünschen der Meister entsprechend anpassen zu können. Und viel ist natürlich auch beim Distanzieren vom Schwarzen Imperium verloren gegangen. Wäre auch sehr merkwürdig gekommen, wenn sie sagen, ey, euch Meister wollen wir nicht, aber das und das und das, das nehmen wir dann doch mit, ne? Tschüss. Und das ist davon abgesehen ja doppelt und dreifach spannend, wenn wir wieder an die Lügen der Titanen und eine der Folgen hier denken, wo wir über die mögliche Lüge vom Fluch des Fleisches und so weiter gesprochen haben, die Lüge der Titanen Geschmiedeten. Denn wir hatten ja in einem der Bücher aus Dragonflight, ich glaube, das war ein Lehrendiener, an den Seiten noch so Randnotizen reinkritzelte, erfahren, Quelle random Lehrendiener, der da was reinkritzelt, vielleicht Neltarion, aber ist, glaube ich, nie bestätigt worden. Da hieß es, dass die Titanen auch viel geklaut haben. Namen beispielsweise, aber womöglich auch Techniken vom Schwarzen Imperium. Ja, dass die gar nicht so viel neu erschaffen haben, wie man es vielleicht denken würde. Und vielleicht ist diese Technik zur Veränderung von Lebensformen auch etwas, was dort mit einwirkte. Gab es auf Azeroth schon den Ureinwohner, den Ur-Azerothianer? Und der wurde von Titanen so verändert, dass wir überhaupt erst diese Formen bekommen haben, die wir heute kennen. Menschen als degenerierte Vrykul, Gnome als abgewandelte Mechagnome, Zwerge als fleischliche Irdene und so weiter. Gehen die alle zurück auf den Ur-Azerothianer, der von den Titanen gegriffen und in ihre Maschinen geschmissen wurde? Plot-Twist, Trox, sind gar keine fehlgeschlagenen Experimente. Das sind die Überbleibste dieses Volkes. Dö, 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 nein. Bisschen Rumspinnerei, aber das, was wir hier gelesen haben, kann tatsächlich sehr, sehr schnell eine deutlich größere Tragweite bekommen, die uns noch etwas mehr Insiderwissen vermittelt, als nur den Eruber betreffend. Aber selbst wenn das nicht ihre ursprüngliche Absicht gewesen sein sollte, was mich sehr wundern würde bei all dem, was sich allein in Dragonflight aufsummiert hat, dann ist es dennoch höchst interessant zu hören, wie die Neruber sich doch so viel über all die Zeit bewahren konnten. Spinnen, die mit DNA rumschnibbeln. Läuft. Wir kommen zum nächsten Folianten. Den finden wir ebenfalls in der großen Stadt, bei den Koordinaten 38, 37, auf einem Tischlein oder ein Bänklein oder was auch immer. Nehruber Architekturbuch hatten wir noch nicht. Fragt mich nicht, was die hier alles bauen. Ich sippe den nächsten Trank und wir lesen Abhandlungen über Gestalten. Huscher, denn wie wir gerade erfahren haben, sind die Nehruber in der Lage, Erinnerungen beispielsweise zu transferieren. Aber wir haben ja auch verschiedene Nehruber-Formen, die gerade schon angerissen wurden. Einiges von diesem Wissen ging leider verloren. Aber selbst wenn wir hier in der Stadt rumfliegen, sehen wir alleine auf dem Bazar die verschiedensten Formen, die die Nehruber so annehmen. Und offenbar hängen auch die mit dieser Technik zusammen. Die vom großen Verbinder Zishi, der Ozoli-Dynastie, erschaffenen Huscher, waren die letzten wirklich erfolgreichen Formen, die von der nerubischen Kultur übernommen wurden, bevor die Stränge für neue Formen durchtrennt wurden. Oh, wir wissen jetzt noch nicht genau, warum. Aber vielleicht ist das Ganze ein bisschen ausgeartet. Möglicherweise gab es einen Fall, wo Kreaturen erschaffen wurden, die so nicht sein sollten. Gab es zu viele Abfallprodukte? Also das kann ja ganz schnell Resident Evil Horror Ausmaße annehmen, wenn die Nehruber jetzt hier anfangen, in persönlichen Folterkellern so ein bisschen rumzuexperimentieren. Denn wir hoffen mal nicht, dass es nur in diese Richtungen geht. Vielleicht waren sie auch einfach fertig. Ja, vielleicht gibt es nicht immer einen verrückten Wissenschaftler, der nach übertreiben muss, sondern sie hatten ihre perfekten Formen. Muss ja auch irgendwann mal erreicht sein, wenn sie das Wissen wieder und wieder und wieder weitergeben. Ja, jetzt wird hier gesprochen vom großen Verbinder. Das kann natürlich ein Titel sein, der diplomatischer Natur ist. Ja, der die verschiedensten Adligenhäuser geeint hat oder was auch immer. Aber wenn wir über diese Stränge reden, dann hat er vielleicht möglichst viele von diesen DNA-Strängen verbunden bekommen und hat dadurch die ultimativen Formen erschaffen. Ja, der große Verbinder. Intelligent, geschickt und gewandt hat sich der Huscher als außerordentlich agile Gestalt erwiesen und ist bei den geselligsten und begabtesten Mitgliedern des letzten Königreiches sehr begehrt. Also eine Form, die du auch haben willst. Als Huscher, das sind diese kleinen, etwas zusammengestauchten Keller-asselartigen Kollegen, möchte ich fast meinen, die wir vor allem als Kuriere, Händler und Trashmobs im Dungeon kennen und ist jetzt nicht so die Gestalt, wo ich sagen würde, wow, geil, wenn ich die Wahl hätte, würde ich die nehmen. Aber offenbar haben die Neruba das anders gesehen oder haben wir hier Propaganda von ganz oben. Ja, hey, ihr habt die Wahl zwischen diesem super langweiligen Generalskörper, der total gestehlt und eine Killermaschine ist, total hohes Ansehen genießt. Oder ihr nehmt diesen super räudigen, äh, super tollen Huscher, ja, der ist so cool, der kann überall reingreifen, wenn irgendwer seine Autoschlüsse im Gully verloren hat und der kann super cool das Öl von unseren Fahrzeugen wechseln und der stinkt ganz gewaltig, ja, der hat nie Stress mit Leuten, weil keiner will was mit ihm zu tun haben. Super chilliges Leben. Vielleicht ist es auch so ein Ding. Sie schreiben hier weiter, ihre Nützlichkeit im Bauwesen und in der Architektur übertrifft selbst die vielseitigsten domestizierten Insekten und ihre Fähigkeit auf Krisen zu reagieren ist mehr als außergewöhnlich. Also es klingt schon ein bisschen zu nett, oder? Sie sind besser als irgendwelche unterworfenen Insekten? Okay, cool, also ich kriege jetzt dieses ironisch gemalte Bild nicht mehr aus dem Kopf, aber wenn du wirklich nicht die arschige Königin bist, die wir jetzt hatten, ja, die ihre Mutti weggemessert hat für Xala und das alte Erbe und so weiter, ich wette, die hätte das so gesehen, wie ich es leicht überspitzt dargestellt habe, aber wenn wir davon ausgehen, du bist eine Königin, die super viele Erfahrungsstränge in sich trägt, die sieht, wer den Laden hier letztendlich am Laufen hält, dann bist du ja schon gut beraten, auf die positiv zuzugehen und die wertzuschätzen, die die unterste Kaste stemmen. Wie hieß es damals so schön bei Fight Club? Wir kochen euer Essen, fahren eure Krankenwagen, holen euren Müll ab, wir stellen eure Anrufe durch, wir bewachen euch, wenn ihr schlaft. Versucht nicht, uns zu verarschen. Also vielleicht hatten wir einfach so viel mit oberarschigen und nichtsgönnenden Anführern zu tun, dass es für mich einen kurzen Moment lang unmöglich schien, dass sie das wirklich wertschätzen und diese Form wirklich als wichtig und toll angesehen wird. Wow! Als sie erstmals erschaffen wurden, gab es im letzten Königreich eine große Gegenreaktion. Nur wenigen gefiel die Vorstellung, eine zweibeinige Gestalt könne durch die Stadt der Fäden laufen. Doch mit ihrer Beharrlichkeit und ihrem überschwänglichen Verhalten erlangten die Huscher schnell den Respekt des Königreichs. Krass! Also scheint es wirklich unironisch zu sein, ob es jetzt noch so war, auch mit den neuen aufgestiegenen Formen. Das war ja dann doppelt und dreifach Kacke. Zum einen haben wir ja gelernt, dass Neruba das wirklich nicht wollten, diese neue Form schön mit leeren Sozsche und alte Götterblut vollgepumpt werden. Ja, daraufhin wurden die einfach entführt und dazu gezwungen zu dieser Transformation. Super nice! Dann warst du, wenn Xala mit den Fingern geschnipst hat, ja wirklich nur eine willenlose, leeren Marionette. Und die gehen ja auch auf zwei Beinen. Heißt, das war für die Neruba, die auf vier Beinen oder mehr unterwegs waren, für die war das wieder so Körperhorror. So wie Iridikron und die Primalisten aus Dragonflight damals die Transformation der ordnungsgebundenen Drachen der Aspekte beschrieben haben. Da kommt irgend so eine Alienkraft, ja, und verändert die und plötzlich sehen die nicht mehr aus, wie wir das gewohnt sind. Sehr einschneidende Veränderungen. Vor allem, wenn du weißt, dass dich das auch treffen kann. Nicht mal nur irgendwie, du gehst als Mensch schlafen und wachst als Käfer wieder auf, sondern zack, du bist schon ein Käfer und heute hast du drei, morgen fünf, übermorgen siebenhundert Beine. Let's go, ja, das kann schon durchaus beängstigend sein. Und auf solche Körpertransformationen reagiert natürlich jeder anders, vor allem, wenn es unfreiwillig passiert. Die Huscher allerdings, die konnten sich beweisen. Die haben Respekt geerntet und die Neruba haben offenbar gelernt, dass diese Veränderung auch gut sein kann. Ob das jetzt bei diesen Aufgestiegenen unter der räudigen Königin auch so war, ich wage es zu bezweifeln. Das nächste Buch befindet sich im gleichen Raum wie das, das wir gerade gelesen haben, sieht man aber nicht so gut. Man muss rein in den Raum, dann sieht man direkt in der Mitte den großen Tresen und an der einen Eckkante, dort liegt es dann halb versteckt. Die Abhandlung über Gestalten, Weise heißt es hier. Und es ist ja auch eine Frage, ob denn wirklich alle Neruba in diesen Formen so verändert wurden, wo sie schon bei Bewusstsein und lebendig waren. Oder ob es nicht größtenteils dann auf die Eier umgemünzt wird, sodass du vielleicht gar nicht immer die Wahl hast. Denn wenn wir an den Boss denken, an diesen Brutverderber aus dem aktuellen Palast Raid, der ausüge der verlorene Bruder von Gahun, dann pumpt der ja auch diese leeren Sotsche in die Eier und lässt dadurch verschiedenste Dienerlein mutieren. Und da haben wir ja auch riesige Spinnen, irgendwelche Würmer, irgendwelche Blutparasiten. Also ganz fürchterlich. Und möglicherweise funktioniert das ja auch so bei der Brut der Neruba. Die Königin, zack, die leicht einmal ordentlich ab. Die hat in irgendeiner Brutkammer einfach tausende Eier reingekalbt. Und die werden dann von diesen Strangwebern entsprechend modifiziert, je nachdem, was das Reich gerade am ehesten brauchen kann. Muss nicht so sein, weil für die Transformation der aufgestiegenen Neruba hatten wir ja gerade besprochen, werden auch einfach welche aus den unteren Distrikten entführt, so nach dem Motto, die wird eh keiner vermissen und dann, zack, einmal zwangsverwandelt. Aber wäre ja schon clever zu sagen, pass auf, wir modifizieren direkt unsere Eier. Kann auch keiner groß widersprechen. Sehr spannend, wenn wir auch das wieder mit einigen Grundkonflikten aus Dragonflight in Verbindung bringen. Denn da waren die Eier, die ungeborenen Welpen ja auch ein großes Thema. Vyranos, die ursprünglich dann Urinkarnation des Eises, die ist ja am Ende zu uns übergelaufen und steht jetzt gesegnet von Azeroth an der Seite der Aspekte. Hatte sich aber überhaupt erst mit Alex Drasa richtig verkracht, waren eigentlich supergute Freundinnen, weil Alex versprochen hat, dass sie den Drachen die Wahl lassen, ob sie der Ordnung dienen und diese Transformation durchziehen wollen. Und Vyranos war es immer super wichtig, dass sie nicht einfach die Kinder quasi mit dieser Ordnung einmal übergießen und dann, hurra, du bist jetzt ein Ordnungsdrache. Yay! Naja, ist dann aber trotzdem so passiert. Wir erinnern uns an diese ganze Geschichte mit den Wassern aus Tyrwhol, dem Rubin-Lebensbecken und, und, und. Ja, und das hat Vyranos dann so abgefuckt, dass sie zu Iridikon übergelaufen ist. Die ganze Geschichte rund um Fyrrack und den Weltenbaum dann aber zu krass wurde, dann ist sie wieder zu uns zurückgekommen. Alex hat auch eingesehen, dass sie einen Fehler gemacht hat und alle haben sich wieder lieb. Bei den Nerubern war das vielleicht nochmal eine andere Nummer. Abhandlung über Gestalten. Weise. In früheren Zeiten des Alten Reiches, bevor die Neruber zu Nerubern wurden, gab es den Weisen. Möglicherweise auch hier wieder altes Reich. Natürlich, Neruber gab es noch nicht. Also wieder Hinblick auf diese Akir, die Techniken des Schwarzen Imperiums womöglich. Denn die Vorfahren der Neruber brauchten einst eine Gestalt, die Magie gegen Feinde einsetzen, die dunklen Energien der Alten heraufbeschwören und dieses Wissen an zukünftige Zauberer weitergeben konnte. Ging also erstmal um einen militärischen Nutzen. Aus geschichtetem Fleisch und durch dunkle Alchemie geschaffen, wurden jene verwandelten Weisen aus Priestern, Magiern und Vorboten der Alten geformt. Interessante Wortwahl. Ist Xadatas einfach nur ein geschichteter Haufen Fleisch? Ich denke nicht, dass sie diese Rolle der Vorboten meinen, sondern eben verschiedene magiebegabte Einheiten, die das Schwarze Imperium dort eben zu bieten hatte und die wurden dann entsprechend transformiert. Und jetzt, wo wir es hier nochmal so schwarz auf weiß lesen können, da ist es ja auch ein reines Ding der Lehre, dieses Mutieren. Wie oft sprechen wir hier davon, dass wenn man den Stimmen zu lange lauscht, auf einmal ein Tentakel aus der Nase wachsen hat oder wenn wir an unsere Freunde im Schreien des Sturms denken. Ja, da hattest du den einen Gezeitenpriester, der hatte ein Tentakelarm und der nächste sah mehr aus wie ein Oktopus als wie ein Mensch. Also dieses Transformations-Veränderungs-Ding, das ist ja etwas, was super zur Lehre passt, sei es aufgrund ihres Geflüsters und den vielen Wahrheiten, ja, wo ist da Beständigkeit, ständig Bewegung drin, welche Wahrheit ist jetzt die richtige, aber eben auch im Aussehen der Diener. Allein wenn wir an Nialotha denken, da hast du einmal einen riesigen Wurm mit einem Auge, dann hast du unten Illginos, der auf einmal riesige Flügel hat und Tumorherzen in den Wänden und was? Also wenn sie es nicht selber so geschrieben hätten, dann hätten wir uns durchaus vorstellen können, wo diese Technik, nenn ich's mal, ihren Ursprung hatte. Heute sind sie die Gelehrten des letzten Königreichs. Sie sind die Hüter von Wissen und Macht, die das Königreich gedeihen lassen und zugleich daran erinnern, was es einst war. Da sie es vermögen, Wissensstränge zu weben, um sie untereinander weiterzugeben, sind die Weisen zu Bewahrern von Techniken geworden, die kein geschriebenes Wort festhalten könnte. Ah ja, die geben das nur untereinander eben weiter. Die genauen Formeln und wissenschaftlichen Aspekte, die werden wir hier also nicht erlesen dürfen. Was vielleicht ganz gut ist. Erinnert ihr euch an die Arati-Folge mit dieser seltsamen Kosmologie-Formel? Oh, wir denken lieber nicht dran, sonst sitzen wir wieder weinend unter der Dusche. Ja, die Weisen, also unsere etwas höher stehenden, nach oben schlanker werdenden Neruber, Visiere, auch häufiger mal ihre Titel, haben wir in verschiedensten Farben und Größen, wie auch Rangordnungen mittlerweile sehen können. Und auch die gehen also zurück auf das Schwarze Imperium, dienen jetzt nicht mehr so als Kampfeinheit, sondern mehr als Bewahrer des Wissens. Also eigentlich eine sehr wünschenswerte Entwicklung. Denke, es ist sehr gesund, wenn du nicht jede Einheit nur auf Militärzwecke prüfen musst, sondern dich eben auch als Gemeinschaft, als Volk auf andere Dinge konzentrieren kannst. Denke, das ist ein großer Gewinn, auch wenn vielleicht gerade nicht die optimalsten Zeiten herrschen, als wir hier angekommen sind. Unser nächstes Büchlein liegt auf einem Tisch bei den Koordinaten 7840 und trägt den schönen Namen Abhandlung übergestalten. Aufgestiegene, na, mal sehen, was wir hier für einen Grundtenor vernehmen werden, Trank einwerfen nicht vergessen und auch hier wieder zwei wunderbare Seiten. Ja, bisher war der Ton sehr respektvoll, oder? Diese Huscher und die Weisen, Visiere, wie auch immer, also das scheint ja schon etwas Erstrebenswertes zu sein, etwas, was ja geschätzt wird in der Kultur, der Neruba sehr wichtige Aufgaben hat und, und, und. Jetzt die Aufgestiegenen. Schon kurz nachdem Königin Anzurek den Thron bestieg, beglückte sie unser Königreich, okay, mit einer neuen Gestalt. Muss man sich auch mal vorstellen, wo es vorhin gleich hieß, dass es lange her ist, dass diese Gestalten geformt wurden und gefühlt auch keine neuen gebraucht werden. Ja, alles ist gut, so wie es läuft. Wir in den Eruber wollen auch nicht zu gierig werden, so nach dem Motto. Ja, alles ist schön. Und sie kommt und macht erstmal eine neue. Let's go. Beglückte sie unser Königreich mit einer neuen Gestalt. Etwas, was wir seit Jahrtausenden nicht mehr gesehen hatten. Ich bilde mir ein, zwischen den Zeilen dieses Schreibers so ein bisschen was raushören zu können, wie er das findet. Wir nennen sie Aufgestiegene. Auch das so eine Ansage. Ja, bei allem, was wir bisher über die Neruba-Kultur gelernt haben, vom Gehen auf zwei Beinen, bis hin zur Nötigkeit neue Formen betreffend, bis hin zum gegenseitigen Respekt dieser Formen untereinander. Und die macht jetzt nicht nur nach Jahrtausenden eine neue, sondern nennt die die Aufgestiegenen. Oh, ich möchte für den Neruba gerne im Strahl kotzen. Ja, ich weiß nicht, ob die das selber können, aber das ist ja also das Verachten von allem, was hier bisher geschildert und aufgebaut wurde. Da werde ich ja richtig wütend, wenn wir das damit jetzt nochmal verknüpfen. Diese miese Zibbe, Junge. Wir nennen sie Aufgestiegene. Iso, die große Verbinderin, hat eine neue, geheime Methode entwickelt, um diese Aufgestiegenen zu erschaffen. Sie sind erstaunlich schnell, stark sowie schlau und besitzen viele Eigenschaften, die mit anderen Neruba-Gestalten unerreichbar schienen, was sie zu geschickten Zauberern und Giftwirkern macht. Und ich bleibe sauer, Leute, wie lange es wohl gedauert hat, auf diese Formen zu kommen für die Verbinder im Vorfeld, die auch immer versucht haben, sich zu distanzieren von dem leeren Geflüster, von den alten Meistern. Darum ging es ja in großen Teilen der Neruba-Historie. Ja, und die hat jetzt eine geheime Methode, um doch alles besser zu machen. Ja, weil die einfach das Blut der alten Götter nehmen und das da reinpumpen und das logischerweise dann einen so starken Einfluss hat. Und damit scheißen sie auf alles, was die anderen zuvor entwickelt haben und haben aber sicherlich trotzdem Zugriff auf deren Fäden. Oh boy, also. Unsere jetzt Königin hätte wirklich noch ein bisschen unter Mutti dazulernen sollen, oder? Doch trotz all ihrer Überlegenheit mangelt es ihnen an einer entscheidenden Fähigkeit. Sie können keine Düfte wahrnehmen. Noch so ein Ding. Diese Pheromone sind ja super wichtig für die Neruba. Ja, so unterscheiden die sich untereinander, so nehmen die einfach auch Mitglieder ihres Volkes generell wahr. Und das fehlt denen jetzt. Also noch weiter distanziert von allem, was vorher da, lieb und teuer war. Pheromone anderer Neruba wahrzunehmen. Was unsere Art über die vielen langen Äonen perfektioniert hat, um die Kommunikation untereinander zu erleichtern und niedere Insekten zu dominieren, ist ihnen nicht möglich. Auch können sie selbst keine Pheromone absondern, zumindest nicht konstant oder kohärent. Dies hat zu einer Spaltung der Gesellschaft des letzten Königreichs geführt, denn viele Neruba betrachten diese neuen Aufgestiegenen als einen schlimmen Fehler. Sie sehen nicht nur fremdartig aus, sondern duften auch so. Und doch befiehlt unsere Königin ihre Existenz. Und so soll es sein. Boah, ich wette, wir finden hier so ein paar Abdrücke von Spinnentränen auf diesem Pergament. Heiliger. Also, klar, das wussten wir, mit diesen Aufgestiegenen ist einiges faul, aber dass es so böse ist und so sehr auf alles scheißt, was die Neruba zuvor erschaffen haben, also ehrlich mich tobe. Gut, dass wir noch ein Büchelein vor uns haben, sonst hätte ich jetzt hier aber über die Stränge schlagen müssen. Wir haben als letztes Buch Abhandlungen über Gestalten. Lords. Wir sind Neruba und nicht die stumpfsinnigen Kirage oder die schwärmenden Mantis. Gut, wir beginnen direkt mit einem Diss-Track an der Stelle. Okay, also wir haben offenbar nicht so positive Vibes, wenn wir jetzt an die Verwandtenkäfervölker denken. Eigentlich, soweit wir wissen, alle abhängig von diesen Urkäfern, den Akir und je nachdem, wo die sich dann weiter angesiedelt haben, haben die sich anders entwickelt, so wie wir auch Tauren, Taunka und Jaungol haben, haben wir dann aus den Käferlein eben Mamantis, Makiraj und Neruba und letztere finden es offenbar nicht so toll, dass sie mit denen in einen Topf geworfen werden. Fantastisch. Dennoch wird eine Zeit kommen, in der unser Individualismus keine Kriege für uns gewinnen wird. Jetzt kommt so ein bisschen der Turn von dem, was wir gerade hatten, was ich eigentlich gelobt habe, was ich gut fand, dass sie nicht full auf Erobern von Gebieten und Kriegstreiberei gehen, sondern auch andere Vorteile in ihrer Existenz, in ihren Formen sehen und diese ausspielen. Ja, wir sind aber immer noch in Welt of Wöfkräft, und das bedeutet, es muss hier und da absolut auf die Fresse geben, haben die Neruba glücklicherweise auch gemerkt, sonst wäre relativ schnell nichts von ihrem Imperium übrig geblieben. Und so schreiben sie, dies ist die Bestimmung der Fürsten. Sie beherrschen die Kunst des Krieges und befehligen Schwarmkommandanten, die wiederum ausgebildete Insekten anweisen. Sie dominieren das Schlachtfeld. Nur jene, die über herausragende Führungsqualitäten verfügen, werden in Fürsten verwandelt, die sich anschließend spezialisieren. Skarabeusfürsten, Kriegspanzer und Kolosse verschiedenster Arten sind aus diesem Prozess hervorgegangen, um unsere Truppen zu befehligen, in Zeiten des Krieges unsere Feinde zu vernichten und im Frieden über die endlosen Schwärme von Insektendienern zu gebieten. Das dürften dann also unsere fetten Generäle sein, im Modell von Anub Azal oder Anub Arak. Und diese Formen bekommen offenbar nur die, die sich auch wirklich bewiesen haben. Dann gibt es nochmal ein paar Unterformen. Skarabeusfürsten, die dann vermutlich einen Haufen Ätz auskacken. Oder Kriegspanzer, die besonders viel aushalten. Wie auch immer, Kolosse haben noch ein Heldentalent vom Krieger dazu bekommen. Ja, kannst du dir dann aussuchen. Darfst auch ein paar Pünktchen auswählen. Zack, und dann kriegst du deine Stränge. Ich weiß nicht, ob ich sehen will, wie sich das dann ausspielt, wenn du so einen normalen Neruba nimmst und der mutiert dann quasi zu so einem Schlachtpanzer. Oh, der wird dir aber auch anders, wenn du die Geräusche während dieses Prozesses hörst. Ja, auf jeden Fall ist nicht immer alles Friede, Freude, Spinnenkuchen. Das haben die Neruba aufgrund ihrer Historie ja nicht neu lernen müssen. Und sie haben es glücklicherweise auch andersrum gar nicht erst vergessen. Und deswegen ist es nur klar, dass sie natürlich auch dieses militant Geprägte irgendwie beibehalten wollten, wenn sie als Imperium auf lange Zeit bestehen wollten. Und das haben sie erfolgreich getan, haben immer versucht, Wert darauf zu legen, was die vorherigen Generationen gelernt haben, haben dennoch geschaut, dass sie nicht so weit zurückgehen, die vorherigen Generationen betreffen, dass sie auf einmal doch wieder Joxaron ins Tentakel beißen und du einen von diesen gewebten Strängen anschaust und auf einmal schaut der zurück. Ja, da ist man dann vielleicht ein bisschen zu weit zurückgegangen in der Historie. Aber sie haben das super ausbalanciert bekommen. Sie waren als Volk wirklich stabil am Start. Ja, und dann kam wieder die Geschichte mit den Aufgestiegenen. Ja, Freunde, was lernen wir daraus? Zum einen, was auf den Straßen von Aschka-Hed passiert, sollte dort vielleicht bleiben, denn auf Leute random zuzugehen, die mit DNA zu besprühen und zu sagen, nimm mein Wissen, ich bin ein Neruber, ist keine Technik, die wir in unsere Zeit importieren sollten. Bei den Nerubern allerdings geht es nicht nur um das Hier und Jetzt, sondern auch um das Lernen aus der Vergangenheit. Nur dort müssen sie aufpassen, dass sie nicht zu weit zurückgehen. Sonst kann schnell das passieren, was mit unserer jetzt Königin geschehen ist. Beflüstert von Xalatas hat sie ihre Mutter etwas zu früh beerbt und hat ein Fehler, ein Fehler, ein Fehler gemacht. Geblendet von den Versprechungen der Lehre hat sie alles verraten, wofür ihr Volk seit so vielen Jahren gekämpft hat, wofür es stand, wofür es stehen wollte und ihm ging es auch noch gut mit all dem. So wirkte es. Auch wenn wir in diesem wunderbaren, animierten Filmchen ja einen kurzen Eindruck davon bekamen, dass nicht alles in der Stadt perfekt läuft, aber doch gut genug, um nicht alles an die Lehre zu verraten. Ach, da muss ich gleich erst mal Blutdruck messen nach der Folge heute. Ja, und so hat die jetzt Königin ihrem Volk ja doch etwas Gutes getan, nämlich sie hinterlässt Wissensstränge, von denen die künftigen Generationen hoffentlich nur lernen können und somit endgültig eine Lektion gelernt wurde, die so nicht nochmal wiederholt werden muss. Davon abgesehen, viele verschiedene Formen, interessante Arten, wie die Neruba damit umgehen und diese Formen überhaupt erstellen und vor allem der ein oder andere Hinweis Richtung Schwarzes Imperium und vielleicht sogar Lügen der Titanen. Ich freue mich schon auf die nächsten Bücher, die wir finden. Vielen lieben Dank, dass ihr auch heute wieder mit am Start wart. Vielen Dank für die herrlichen Kommentare, den wunderbaren Support, das tolle Feedback und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder am Start seid. Checkt super gern die Links in der Videobeschreibung. Vielleicht ist auch da noch was für euch dabei. Würde mich freuen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschau!